Ich bin Max Harvey von der Heide und wir sind hier die Mästchener Gruppenleiter. Ich bin Justus Kuhlmann, wir kommen beide aus Damme und wir hatten die Idee eine Aktion zu starten, in dem wir besonders für Risikogruppen einkaufen und generell auch für Ältere oder die Angst haben vor dem Einkaufen und das wollten wir gerne für die übernehmen und so eine Ersatzaktion zu starten, da wir sonst zu dieser Zeit in der Fastenzeit Reiskochen gemacht hätten für alle aus Damme und Umgebung. Ja, vor allem für die Risikogruppen jetzt in der Corona-Zeit, die ja nicht unbedingt mit dem Virus in Kontakt kommen sollten, wenn die nicht aus dem Haus gehen wollen oder auch Leute, die sich nicht trauen aus dem Haus zu gehen, gerade für die haben wir das halt angedacht und deswegen sehen wir das auch als sinnvoll an. Ich finde die Aktion der Jungs sehr gut. Es gibt in Damme sicherlich sehr viele ältere Herrschaften, die sich bewusst sind, dass sie beim Einkaufen sich infizieren können und aus dem Grunde die Aktion der Mästchener gerne annehmen werden. Bisher haben wir sehr positive Mitteilungen bekommen von denen, die es halt bisher gehört haben. Und uns wurde auch schon von vielen Leuten aus Damme und Umgebung Hilfe angeboten, die uns unterstützen wollen, fast jeden Tag kommt irgendeine Person, die uns halt auch helfen will. Und ja, also bisher sehr, sehr positiv. Ja, also wir haben jetzt zwei Telefonnummern, glaube ich, und da kann angerufen werden oder man kann auch nur WhatsApp schreiben. Das sind Handynummern und alles weiter organisieren wir dann quasi. Dann fragen wir eben nach Adresse, dann regeln wir das mit dem Geld und fragen auch, was wir einkaufen sollen und dann läuft das eigentlich.